die mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei mr bauer gaming zu einem weiteren video zu den mods die heute im giants mod hub freigegeben worden sind wir haben es heute zu tun mit vier neuen karten 15 updates und 47 neuen mods bevor wir jedoch starten möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei aviatica andy guck zu sunny kai tobias razor copper thomas und malario für die abos ganz ganz herzlichen dank dafür wie immer starten wir mit den updates und das erste update kommt für die karte maibaum farm von cavalier roi downloadgröße 99,77 megabyte in der version jetzt von 1.1.0 und ist für alle plattformen der changelog sagt misthaufen repariert jetzt mit land käuflich schwimmen den baum am see behoben einige gelände modifikationen und precision farming ready gemacht das nächste update kommt für das ermo park von smi modding downloadgröße 42,79 megabyte jetzt in der version von 1.2.0 und ist für alle plattformen der changelog sagt neues modell hinzugefügt ermo hurricane der massive ferguson 76 77 87 series von krk z modding kriegt das nächste update und zwar mit der downloadgröße von 33,37 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen der changelog sagt neuer shop artikel hinzugefügt mf 8700 dyna 6 und dyna vt getriebe optionen wurden hinzugefügt front zapfälle zur option front hydraulik hinzugefügt frontlader option hinzugefügt neue sound details hinzugefügt reifen optionen angepasst farb optionen wurden angepasst originale radgewichte montiert teilweise markenaufkleber schmutz und textur wurde geändert verschiedene fehler behoben der john deere 4 37 d verlader von kenny 456 und jdl logging mit der downloadgröße von 22,85 megabyte kriegt das nächste update jetzt auf die version 1.1.0 und ist für alle plattformen der changelog sagt unterstützung für spanngute hinzugefügt verbesserte stabilität des anhängers wichtig wenn du dein save game lässt während der trailer ausgeklappt ist musst du ihn derzeit noch ein und ausklappen andernfalls wird der anhänger instabil der annaburger hts 11 d 04 spreaders von vertex design kriegt das nächste update 55,8 megabyte ist die downloadgröße in der version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle plattformen der changelog sagt kalk ist jetzt entladbar ai agent gefixt attacher height auf 0.6 gesetzt der loma zdk 1802 von vertex design kriegt das nächste update downloadgröße 40,67 megabyte in der version jetzt von 1.1.0 und ist für alle plattformen der changelog sagt nummernschilder hinzugefügt helferentklärung bei loma kombi gefixt der johnston brothers modulare anhänger von jtuf kriegt das nächste update downloadgröße 6,04 megabyte in der version jetzt von 1.0.1.0 und ist für pc und mac der changelog sagt konfiguration für spangute hinzugefügt einmal keine er und north america der agromash poh 5 von ddx 96 kriegt das nächste update downloadgröße 5,19 megabyte jetzt in der version von 1.0.0.1 und ist für alle plattformen der changelog sagt hinzugefügt lower linkball die farbe einiger schrauben wurde geändert das nächste update kommt für den twitter maker sie war 720 von nickel g downloadgröße 8,67 megabyte in der version von 1.1.0 und ist für alle plattformen der changelog sagt neue zapfwelle neue reifen neue radnaben und reflektoren hinzugefügt das nächste update kommt für der lindner uni track plattform autoloader von john wayne 1930 downloadgröße 1,62 megabyte jetzt in der version von 1.0.1.0 und ist für pc und mac der changelog sagt update desk version zwei weitere spanngurte hinzugefügt schritt gut beladung in nicht al konfiguration repariert konfigurations option für automatische manuelle spanngurte entfernt da dies nun als funktion im a palette autoloader version 1.7.1.0 integriert ist es wird empfohlen die existierenden al plattformen zu verkaufen und diese neu zu kaufen um das auftreten von fehlern zu vermeiden die mini biogasanlage von disturbed simulations kriegt das nächste update downloadgröße 8,99 megabyte jetzt in der version von 1.1.0 und ist für alle plattformen der changelog sagt strom und methan können nun gespeichert verteilt oder verkauft werden die rezepte für die silage stroh produktion wurden überarbeitet um mehr methan zu erzeugen es wurde eine version der mini bga mit einer strom tankstelle und einer methan tankstelle hinzugefügt es wurde eine kleine ladestation für strom und methan hinzugefügt um diese zu nutzen muss der strom und oder das methan in der bga auf verteilen gestellt werden große ladestation für strom und methan hinzugefügt um diese zu verwenden stellen sie den wert für strom und oder methan in der bga auf verteilen hier können auch eine million einheiten strom und methan für den späteren verkauf oder die verteilung an generatoren aus der modularen bga gespeichert werden das nächste update kriegt die alte scheune von gracios philipp downloadgröße 7,72 megabyte jetzt in der version von 1.1.0 und ist für alle plattformen der changelog sagt schnee hinzugefügt korrigierte texturen das nächste update kommt für alles verkaufen von schulz modding downloadgröße 1,47 megabyte in der version von 1.0.0.1 und ist für alle plattformen der changelog sagt unterstützung für produktionsmodus hinzugefügt dann kriegen wir noch zwei weitere updates und zwar einmal für das netzfolien addon und einmal für das garn addon von dd mod passion downloadgröße ist so um die 3 megabyte in der version jetzt von 1.4.1.0 und ist für pc und mac für beide gilt derselbe changelog kompatibilität mit update 1.4.1 hinzugefügt kompatibilität mit dem produktions punkt hinzugefügt wir kommen zu der ersten neuen karte und zwar heißt dieser kleiner bauernhof kommt von abt frankie downloadgröße 26,31 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen der text sagt willkommen auf dem kleinen bauernhof dies ist eine kleine würfel karte die eine schöne umgebung hat und sich nur mit kleinem fahrzeug lohnt wenn wir uns die pda angucken ist es in der tat sehr 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 klein hier diese karte das land was zu uns gehört wenn wir als neuer farmer starten dann haben wir hier diese ganze hufläche dann hat man fällt 2 mit einer fläche von 0,3 hektar und fällt 10 11 und 14 zusammen mit einer fläche von 0,3 hektar also ihr könnt sehen das größte feld ist vielleicht 0,6 hektar hier gibt es kein feld mit über 0,6 hektar der aussag kalender ist standardmäßig da gibt es auch keine zusatz früchte verträge gibt es auf jeden fall sind diese verträge in ihrem kleinen bereich das heißt also hier ist es schwierig ein bisschen geld zu verdienen meine zwei 300 500 700 euro das ist nicht wirklich die welt schauen wir uns mal kurz an welche produktionen verbaut sind wenn wir hier das auswählen können wir sehen dass nicht eine einzige produktion verbaut worden ist wenn wir ladestationen anzeigen lassen dann haben wir einmal einen kleinen treibstoff tank auf unserem hof dann gibt es einen misthaufen und den gülle behälter abladestationen gibt es unser farm silo und natürlich die verkaufsstelle der hof laden wenn wir als neuer farmer starten dann kriegen wir zwei kompakt traktoren einmal den maximum cv x 445 und den massive vergesen 47 08 dann kriegt man einen kleinen welger anhänger dann einen kleinen pflug mini pflug von 1,2 meter dann gibt man eine scheiben ecke die ist vier meter breit die ist schon ziemlich breit dann gibt es hier eine sehmaschine die wir haben zwei frontlader einen von quickie einen von hauer und zwei frontlader werkzeuge eine paletten gabel und eine universal schaufel wir schauen uns kurz hier auf dem kleinen hof um hier gibt es einmal ein kleines hühner gehege mit 30 hühner hier habe das silo den welger anhänger einen kärcher drei kleine unterstände hier haben wir denn die beiden traktoren und hier habe den kleinen treibstoff tank und unser farmhaus dieser container wenn wir hier rüber gehen das ist dieses große dieser große silo komplex ist der hofladen finde ich ein bisschen overkill auf dieser karte ich weiß nicht ob es tatsächlich notwendig war eine so große verkaufsstelle hinzuzubauen desweiten hier weiß ich nicht was es ist auf der karte kann ich hier nichts erkennen also ich kann nicht ersehen für was dieser trigger hier sein soll des erweitern gehört zu unserem hof natürlich ein schafsstall mit bis 25 schafen dann haben wir hier den gülle behälter hier haben wir unseren kuhstall der fast bis zu 80 kühe und hier haben wir einen misthaufen und der kuhstall den wir haben hat also den fütterungsroboter desweiten haben wir hier den shop den viehhändler und die werkstatt für die reparatur der verkaufskatalog zeigt uns dass im prinzip alle produkte und auch alle früchte verkauft werden können hier gibt es keine einzige ausnahme nur wer nur weiß ich nicht wo hier noch platz sein soll für zum beispiel produktionsstätte wenn wir kurz mal über die karte fliegen dann sehen wir wirklich dass die wirklich sehr sehr klein ist die felder sind alle schön quadratisch keine große herausforderung für die helfer es sei denn diese bäume an dem feld rendern stören die helfer die sind sehr nahe an die felder gebaut also könnte eine challenge werden wenn ich auch ganz ehrlich sein muss wenn man hier einen helfer einsetzt da muss ich sagen dann kann man es auch gleich sein lassen bei diesen kleinen feldern da fahrt man einmal fünf minuten drüber dann ist das ganze feld bearbeitet das war dieser kurz überblick über diese karte dann würde ich sagen gehen wir gleich zu der nächsten karte die nächste neue karte heißt pinny lauf oder pinny run kommt von purboy downloadgröße 34,7 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen der text sagt willkommen bei pinny run hier kannst du farmen und forstwirtschaft betreiben bauernhof mit tieren drei anständig große felder und ein grasfeld gute startausrüstung steinbruch funktionierendes sägewerk und rundholz verkauf öl und tischlereiproduktion gesamtes land der karte ist käuflich erwerbbar rotner und andere forstgeräte wurden bearbeitet um mit basis spielbäumen zu arbeiten und kontrollen wurden hinzugefügt stein verkaufspunkt und farmers market verkaufspunkt die map ist nicht jedermanns sache aber ich hoffe dass es einigen spaß macht riesiges dankeschön an alle die mitgeholfen haben oder mich unterstützt haben in den letzten jahren diese map ist meinem sohn jasper gewidmet wenn wir als neuer farmer starten dann starten wir hier an diesem normalen standardmäßigen englischen amerikanischen farmhaus wir haben hier einen pickup truck wenn wir rauslaufen dann sehen wir hier auch gleich ein idyllisches plätzchen hier also eine eine kleine terrasse mit ausblick auf den see dann gibt es hier eine hollywood schaukel dann geht es hier über die brücke über den fluss dann haben wir hier einen unterstand mit einer schaufel dann haben wir hier ein paar geräte die schauen wir uns dann gleich an hier haben wir noch eine ballenpresse dann haben wir einen amerikanischen lkw mit einem anderbelly anhänger und einem forst anhänger des weiteren haben wir hier ein durchfahr silo wir haben hier einen kleinen treibstoff tank desweiten haben wir hier noch mehr material und wir haben auch einiges an verbrauchsmaterialien hier rumstehen wie kalk dünger und saatgut etc desweiten haben wir hier noch weiteres equipment rumstehen hier hinten habe noch eine kalk kauf stelle wir haben hier vorhin gesehen da ist ein traktor der zu uns gehört hier hinter dem hall war hier hinter im wald drin gibt es auch noch etwas equipment für uns einen weiteren john die einen drescher und einen kampe half pipe anhänger das ist auf das was zu uns gehört wenn wir noch ein bisschen weiter gehen kommen gleich zu ein paar tiergehegen und da gibt es irgendwie eine frage die ich habe denn wenn ich hier hingehe kann ich hier kein tier menü aufmachen also kaufmenü gibt es hier zwar angezeigt aber ich kann es nicht öffnen wenn wir als neuer farmer starten dann gehört dieser ganze plotland zu uns das heißt auch diese tiergehege sind inkludiert eigentlich sollte man zugriff darauf haben dessen weiteren gibt es hier zugriff auf ein forstgebiet hier auf diesem plotland gibt es die drei felder plus ein grasfeld da sind also das equipment was wir haben hier sind die stelle wenn ich jetzt hier ins tier menü reingehe heißt es du hast noch keine stelle selbst wenn ich zum tierhändler gehe und hier das menü aufmacher heißt es du hast derzeit keinen stall oder weiter baue zuerst einen stall um tiere kaufen zu können das ist definitiv ein fehler von der karte und sollte so nicht sein deswegen ja hier schon mal ein großes fragezeichen dass dies überhaupt durch den test gekommen ist wir schauen uns mal die karte an wie gesagt dieses plotland gehört zu uns die anderen plots die sind zusätzlich zu kaufen hier 1,6 millionen hier 1,2 millionen hier 630.000 also kosten einiges an geld dieser plotlands wenn ich mir anzeigen lasse welche produktionen verbaut sind dann sehen wir hier dass die ölmühle verbaut worden ist dann das angesprochene sägewerk die schreinerei und das war schon an produktionsstätten ladestationen gibt es ganz oben einen großen treibstoff tank dann gibt es eine tankstelle dann gibt es eine kalkstation und natürlich den mittleren treibstoff tank den wir bereits gesehen haben abladestationen oder verkaufsstellen gibt es hier dass unser silo das ist das pharma 400 und ob 1000 hier gibt es den gesteinbrecher hier gibt es der south valley biomass energy und hier gibt es den johnson's farmers market wenn wir uns mal das start equipment angucken dann sehen wir hier eine riesen menge an verschiedenem equipment was zu uns gehört ich gehe hier diese natürlich nicht im details durch denn das wäre definitiv zu lang bei den forstmaschinen können wir sehen dass der roten hd 21 d und den roten f 20 d auch zum equipment gehören und wenn wir hier sehen können pinnilauf mod ist es tatsächlich so dass es hier gemoddete fahrzeuge sind denn hier gibt es etwas frisierte und verstärkte arm equipment die sind zum teil verbessert worden hier gibt es einiges an equipment was natürlich hier verändert worden ist interessant zu sehen dass es hier noch fahrzeuge gibt die sie weit die weit ab von diesem hof sind wie gesagt das ist dieser roten und diese roten fahrzeuge die hier mitten im wald stehen desweiten haben wir hier oben auch noch ein fahrzeug das ist ein radlader das ist auch ein gemottetes fahrzeug und hier sehen wir eine komische struktur ich weiß nicht was das sein soll na also ich kann das nicht zuweisen was das ist von der textur her das heißt ich steige mal da rein irgendwie aus einem grund ist dieser frontlader radlader hier auch platziert da gehen wir mal da in dieser richtung und schau mal was hier passiert okay da habe ich mal bin ich mal dagegen gefahren wenn ich jetzt gucke unten rechts sind das 4000 liter steine das heißt also hier ist ein steinbruch und müssen mit diesen steinen wenn man die zum gesteinbrecher bringt und die verkauft kann man auch zusätzliches geld machen ob es einfacher ist als die ganze forstwirtschaft das weiß ich nicht wir machen mal den kurzen überflug über die karte und wir sehen dass die karte ein sehr hohes gefälle hat auf jeden fall ist alles auf forst ausgelegt bis auf die kleinen felder die unten hier unten zu sehen sind das höhen gefälle ist also ziemlich groß hier es geht hier ziemlich berg runter auf jeden fall eine schöne karte schön gemacht für das was es ist es ist eine forstkarte sind schön viel wasser da ich würde mal sagen dann haben wir schon mal hier auch wieder einen guten überblick bekommen dann sage ich viel spaß damit und damit gehen wir zu der nächsten karte die nächste karte heißt ls 09 insel kommt von norblin downloadgröße 51,08 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen der text sagt willkommen zurück auf der karte des landwirtschaft simulator 2009 erlebe die landwirtschaft wie in deiner kindheit werde der größte farmer auf der insel wenn wir als neuer farmer starten starten wir hier am französischen bauernhaus haben hier unseren pick-up drin natürlich dann haben wir hier eine halle die ist aber leer das equipment befindet sich hier wir gehen das gleich durch dann haben wir ein steiner 1805 dann haben wir einen welker anhänger haben den topliner mit seinem schneidwerk und seinem schneidwerkswagen haben einen agrober haben eine sehmaschine und ein gewicht das ist alles was wir haben was equipment angeht desweiten haben wir hier ein hofsilo und wir haben hier einen treibstoff tank wenn wir uns die karte angucken und schauen welches land zu uns gehört dann haben wir erst mal dieses huftgeblende hier und dann haben wir feld 22 was zu uns gehört das umliege der land kann gekauft werden für 0 euro das sind also auch dieses fläche hier das sollen 288 hektar fläche sein desweiten sind es zu erkennen dass die felder hier eher im mittleren oder kleinen bereich sind es gibt kein feld was größer als 7 hektar ist also das sind diese felder kosten einiges außer 500.000 euro für 7 hektar das ist also eine richtig große und hohe summe geld wir schauen uns mal an welche produktionen verbaut worden sind und zwar sehen wir hier oben die schreinerei wir haben die trauben verarbeitungsanlage die spinnerei die getreidemühle dann haben wir hier die spinnery noch also noch einmal eine spinnerei deswegen weiterhin haben wir hier ein sägewerk und wir haben hier die molkerei ladestationen gibt es auch hier gibt es die tankstelle hier gibt es eine kalkstation hier haben wir unseren kleinen treibstoff tank und verkaufsstellen gibt es natürlich auch noch einiges hier haben wir den bauernmarkt das biomasseheizkraftwerk den viehhandel den supermarkt dann haben wir hier am hafen das feed and grain south hier haben wir den gesteinbrecher und wir haben den getreidespeicher wie unser natürlich hofsilo der aussaat kalender ist standard ohne zusatzfrüchte aufträge gibt es natürlich auch wir haben zu der zeit keine produktionsgebäude die zu uns gehören und daher gehen wir kurz auf einen kleinen rundflug und wir sehen es ist tatsächlich eine insel die felder sind alle ziemlich quadratisch ziemlich praktisch auch sie sind nicht sehr eng eingezäunt von bäumen hier kann man sehr gut helfer arbeiten lassen natürlich super schön gemacht alle schön eckig also nichts sehr organisches die produktionsstätten und verkaufsstellen sind gemoddet das heißt also nicht die standard oder weniger der standardgebäude sind eingebaut hier haben wir den hafen die dekoration ist einigermaßen schön es ist nicht überlastet es ist auch nicht so passüberladen wie das auf der krebach und so weiter ist hier haben wir auch gewisse dekorative elemente wie hier dieses garten center was keine eigentliche funktion hat hier haben wir den bauernmarkt hier gibt es ein kleines detail hier ist eine polisport anlage hier gibt es eine halfpipe ein skatepark desweiten haben wir hier natürlich auch noch eine sehr romantische kirche eine kapelle ja und dann ist halt überall sind auch weite wege weil man immer wieder diese einbuchtungen hat also das heißt man braucht hier schon doch noch einiges an fahrzeiten hier das ist dann hier ein badestrand immer wieder ein paar gebäude mitten im nichts und dann eben hier haben wir stonehedge es soll auch sammelobjekte geben dieses detail ist ziemlich schön gemacht ich weiß nicht ob es hier ein sammelobjekt zu finden wäre wäre eigentlich zu erwarten dass hier ein sammelobjekt zu finden sein könnte hier haben wir die bga wenn wir uns mal kurz den verkaufskatalog anschauen können wir feststellen dass eigentlich fast alles verkauft werden kann natürlich ist auch zu erwarten dass stoffe und kleider verkauft werden können da natürlich zwei spinnereien eingebaut sind hier einmal kann stoff verkauft werden kleidung kann verkauft werden was mir auffällt es ist eine molkereien eingebaut aber die schokolade kann nicht verkauft werden das ist also hier ein fehler aus meiner sicht ja dann würde ich mal sagen war das auch schon wieder diesen kurzen überblick über diese neue karte und da würde ich sagen gehen wir gleich weiter zu der letzten neuen karte von heute die letzte neue karte die wir uns angucken heißt dark forest das nächste kapitel also der finstere dunkle wald im nächsten kapitel wenn wir als neuer farmer starten dann starten wir hier an diesem verlassenen gebäude sieht das ist auf jeden fall schon mal der shop hier wenn wir hier rumgehen dann sehen wir hier etwas an unserem equipment und hier haben wir die werkstatt sehr sehr einfach hier wir haben das equipment hier einmal ein lkw mit einem forstanhänger dann haben wir hier einen radlader desweiten haben wir hier einen kleinen radlader noch hier dann haben wir hier den raptor hier stehen desweiten haben wir den rottner h 21d und wir haben den ponser hier stehen um das ganze verladen zu können wenn wir uns die karte angucken als neuer farmer dann haben wir diesen landplot hier das ist das was wir uns zugewiesen ist die landflächen sind extrem günstig also 224.000 euro für 100 hektar das ist also extrem billig da es ist wahrscheinlich hier extrem einfach ist hier geld zu machen könnte eigentlich diese landflächen etwas teurer sein also hier haben wir alles klar komplett aus forstwirtschaft ausgelegt da ist tatsächlich wirklich nichts anderes zu finden der aussag kalender ist der standard kalender und wir können sehen am verkaufskatalog das gar nichts verkauft werden kann außer holz es kann also wirklich nur holz verkauft werde noch nicht mal hackschnitzel können verkauft werden das ist ein bisschen schwach finde ich also es ist tatsächlich nichts anders da als bäume 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 und wenn ich es noch nicht gesagt habe noch ein paar bäume nichts anderes ist hier verbaut okay dann ist diese karten tour auch schon rum denn hier gibt es tatsächlich nichts weiteres zu sagen und damit kommen wir zu der ersten neuen mod und zwar heißt diese füllstandswarnung ladewagen dieser kommt von dr modding download größe 26 kb in der version 1.0 und ist für pc und mac füllstandswarnung für ladewagen wenn der füllstand eines ladewagens 80 prozent erreicht oder der ladewagen voll ist ertönt einen signalton und eine textwarnung erscheint dies gilt natürlich auch für den siliermittel tank sobald der leer wird gibt es einen signalton wie auch eine textwarnung die nächste neue mod heißt follow me kommt von decker mm iv oder decker 2004 download größe 50 kb in der version 1.0 und ist für pc und mac da haben viele darauf gewartet sehr viele fragen kamen auf wann kommt der follow me mod hier wird gesagt es ist nur für den einzelspieler und nur für pc und mac sie wollen schon immer fahrzeuge als kolonne über die karte transportieren mit follow me können sie dies tun natürlich nur vorwärts fahrend die bedienung und so weiter werde ich nicht jetzt vorlesen ihr könnt gerne das video stoppen um die einzelnen schritte zu lesen bekannte probleme einige fahrzeuge haben eine kollisionsbox erkennung die viel grösser und breiter ist als sichtbar auch im zusammengeklappten zustand und daher mit follow me nicht richtig funktionieren können aufgrund der größe ihrer unsichtbaren kollisions box geben sie oft beinahe kollisions fehler an wir kommen zu der nächsten neuen mod und zwar heißt dieses daramax 105 und daramax 150 von holz fs download größe 45,37 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt der max 105 mit einer leistung von 105 ps wird manuell geschaltet hat eine tank vielmenge für diesel von 120 litern 32 km h ist die maximal geschwindigkeit und der preis liegt bei 30.000 euro die reifenhersteller können gewählt werden zwischen michelin continental mittas friedestein nokian lizard und trelleborg die reifenvarianten gehe ich wie immer nicht im detail durch jedoch bei lizard gibt es ein paar schöne und originelle sachen einmal hilfsrad einmal käfigrad zwillings reifen pflege bereifung reis reifen und so weiter und so fort natürlich kann eine rundum leuchte hinzu gebaut werden dann gibt es gewicht schutzblech gibt es standard standard design 1 design 2 3 und standard auspuff gibt es standard oder chrome fenster gibt es standard oder insulfilm gps gibt es nein oder ja und zwar ist das diese antenne fügt aber nicht die die beiden steering mode hinzu reverse whistle nein oder ja anhänger vorrichtung gibt es standard design 1 standard frontlade anbau gibt es ja oder nein dann die hauptfarbe kann gewählt werden zwischen orange und schwarz und die felgenfarbe natürlich auch dann gibt es den max 150 der kommt mit 150 ps wird manuell und last geschaltet hat eine tank vielmenge für diesel von 280 litern 38 km h ist die maximale geschwindigkeit das gewicht liegt bei 7,1 tonne und kostet 50.000 euro die reifen hersteller sind dieselben wie schon gesehen alles andere bleibt ganz genau identisch bis auf die motor und ausführung hier haben den max 150 mit 150 ps und den max 180 mit 180 ps alles andere bleibt identisch wir kommen zum ktp 7.4 oder ist 9.4 von rus agrotech downloadgröße 25,06 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt der eine grubber mit einem gewicht von dreieinhalb tonnen braucht 180 ps hat eine arbeitsbreite von 7,4 metern arbeitsgeschwindigkeit 15 km h und kostet 9.300 euro die farboptionen hier mit einem gewicht von 3,8 tonnen braucht 300 ps hat eine arbeitsbreite von 9,4 metern 15 km h ist die arbeitsgeschwindigkeit und kostet 11.000 euro die farboption ist dieselbe wie schon gesehen wir kommen zu der biene 4.5 von seriga 56 downloadgröße 10,9 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieser tiefen lockerer mit einem gewicht von 2,7 tonnen braucht 240 ps hat eine arbeitsbreite von 4,5 meter arbeitsgeschwindigkeit 10 km h und kostet 10.366 euro die hauptfarbe kann gewählt werden zwischen blau grün rot und grau die designfarbe kann gewählt werden zwischen grün grün 2 blau und rot und die felgenfarbe kann gewählt werden zwischen grau blau grün grün 2 und rot wir kommen zum lizard gt cr pack das kommt von mioto modding downloadgröße 10,74 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieses park mit zwei verschiedenen pflügen einmal dem 16 mal 32 der kommt mit fünf tonnen gewicht braucht 150 ps hat eine arbeitsbreite von 2 meter 60 arbeitsgeschwindigkeit 13 km h und kostet 16.000 euro die reifen hersteller können gewählt werden zwischen bkt und continental die dk's können geändert werden zwischen design 1 und design 2 das ist also dieser aufkleber hier die hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser erweiterten standard palette die design farbe ebenso die design farbe 2 natürlich auch und betrifft diese balken hier und die felgenfarbe kann natürlich aus derselben palette gewählt werden dann haben wir noch den 24 x 32 flug der kommt auch mit einem gewicht von fünf tonnen braucht 260 ps hat eine arbeitsbreite von vier metern 13 km h ist die arbeitsgeschwindigkeit und kostet 24.000 euro alle konfigurationsmöglichkeiten bleiben genauso wie beim anderen modell mich erstaunt dass der eine 2,6 meter breit ist und der andere vier meter und trotzdem jeweils je fünf tonnen wiegen wir kommen zum querneland quality squama 3000 diese kommen von marcelo 22 downloadgröße 6,86 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt diese scheiben ecke mit einem gewicht von 1,6 tonnen braucht 100 ps hat eine arbeitsbreite von drei metern und eine arbeitsgeschwindigkeit von 17 km h der preis 18.000 euro die nächste neue mod heißt fans 700 vario s4 dieser kommt von mosagra downloadgröße 26,3 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieser fendt mit einer standardmäßigen leistung von 144 ps wird stufenlos geschaltet hat eine tank füllmenge für diesel von 400 litern 38 liter def 50 km h ist die maximal geschwindigkeit und wiegt 8,1 tonne der preis 162.000 euro die reifen hersteller können gewählt werden zwischen michelin continental mittas pkt fredestein nukien und trellerbrock die ausstattung gibt es in der version power power plus und profi plus die frontanbauteile gibt es hier federhalter oder haubenschutz die rundum leuchten gibt es keine rundum leuchte einmal links rechts und beidseitig den vorderrad gut flügel gibt es im design 1 oder 2 ausstattung 2 gibt es standard design line grill design line auspuff design line und standard spiegel varianten gibt es 1 und 2 warntafeln gibt es nein dann gibt es ja und zwar können werden die ausgeklappt frontlader anbau gibt es nein quickie power oder fendt motorenausführung der gibt es den 7 14 mit 144 ps den 7 16 mit 171 ps den 7 18 mit 188 ps den 27 mit 209 ps den 7 22 mit 228 ps und den 724 mit 246 ps die hauptfarbe kann gewählt werden aus der standardfarben von fendt die designfarbe natürlich auch und betrifft den frontlader anbauteil und die felgenfarbe kann gewählt werden zwischen fendt weiß wenn black beauty und fendt rot als nächstes kommen wir zum unia grober 2.2 meter diese kommt von simovivionic downloadgröße 2,09 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt diese grobe mit einem gewicht von 550 kilo braucht 18 ps hat eine arbeitsbreite von 2,2 meter arbeitsgeschwindigkeit von 14 kmh und kostet 4500 euro die hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser sehr sagen wir mal vintage angehauchten palette bis etwas fader diese farbauswahl ja und das war's zu diesem grober damit kommen wir zum sieben schar meißel pflug von e1 in downloadgröße 1,52 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt diese grobe mit einem gewicht von 350 kilo braucht 68 ps hat eine arbeitsbreite von 2 metern 12 kmh ist die arbeitsgeschwindigkeit das preis liegt bei 4000 euro die hauptfarbe kann gewählt werden aus der standard palette wir kommen zum nach dem gezogenen pflug dieser kommt von pp 978 downloadgröße 4,48 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieser nati pflug in zwei verschiedenen ausführungen einmal den bt2 mit einem gewicht von 1,9 tonnen braucht 90 ps hat eine arbeitsbreite von einem meter arbeitsgeschwindigkeit 10 kmh und kostet 7500 euro die farbauswahl hier neues grün altes grün und new holland dann gibt es die zweite version den bt3 der kommt mit einem gewicht von 2,1 tonne braucht 140 ps hat eine arbeitsbreite von 1,3 meter 10 kmh ist die arbeitsgeschwindigkeit und kostet 8700 euro die farbauswahl haben wir dieselbe wie vorhin wir kommen zum steyr profi cvt dieser kommt von austria modding downloadgröße 32,96 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieser traktor mit standardmäßig der leistung von 145 ps hat eine tankfüllmenge für diesel von 250 liter 39 liter def 50 kmh ist die maximale geschwindigkeit das gewicht liegt bei 5,4 tonnen und kostet 112.000 euro die reifen hersteller kann gewählt werden zwischen michelin continental mit has bkt fredestein nokia und trellebrock beim frontlade anbau gibt es die option quickie power oder keine dann bei der motorenausführung gibt es den cvt 41 15 mit 145 ps und den 41 45 mit 175 ps die hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser farb palette mit rot orange gold schwarz und weiß und betrifft den unteren teil die designfarbe kann gewählt werden zwischen weiß schwarz gold orange und rot und betrifft den oberen teilen und die felgenfarbe betrifft natürlich die felgen wir kommen zum tume hkl 2500 diese kommt von jens m downloadgröße 7,52 megabyte in der version 1.0 und ist für pc und mac und zwar kommt diese direkt saatmaschine in zwei versionen einmal den hkl 2500 hat eine tankfüllmenge für saatgut und dünge von 2250 liter wiegt 1,4 tonnen braucht 70 ps hat eine arbeitsbreite von 2 meter 80 13 km h ist die arbeitsgeschwindigkeit und kostet 14.000 euro hier hinten kann eine zusätzliche stufe hin zu gebaut werden ja oder nein dann waren dreieck gibt es kein dreieck oder mit dreieck die hauptfarbe kann gewählt werden zwischen schwarz und chrom und betrifft hier oben den deckel die zweite version ist genau dieselbe nur ist die nicht an direkt an den drei punkt angehängt sondern wird gezogen natürlich alle eckdaten sind dieselben auch sogar der preis daher können wir auch gleich weitergehen zu der nächsten neuen mod die nächste mod heißt lizard turner kommt von ei modding download größe 1,3 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieses teil mit einem gewicht von 150 kilo und kostet 1000 euro die reifen hersteller können gewählt werden zwischen continental friedestein und trellerbock die hauptfarbe kann gewählt werden aus der standard palette und die designfarbe natürlich auch dieses teil wird vorne an den traktor angehängt und damit kann man wenn man wenden muss einfach diese runter gelassen und damit man praktisch anstelle wenden kann wir kommen zu der querneland optima 5 custom von j h modding download größe 5,94 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt diese einzelkorn sehmaschine mit einem volumen von 2000 liter für saatgut und dünger wiegt 1,8 tonnen braucht 70 ps hat eine arbeitsbreite von viereinhalb meter 15 km h ist die arbeitsgeschwindigkeit und kostet 23.000 euro die hauptfarbe kann gewählt werden aus der standard palette und die felgenfarbe natürlich auch wir kommen zum eigenbaugewicht dieses kommt von the ls driver download größe 0,52 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieses gewicht mit einem gewicht von 450 kilo und kostet 200 euro damit kommen wir zum lizard modulare anhänger von j tough download größe 5,94 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieser modulare anhänger jetzt auch für die konsolen und zwar unter den namen lizard vorhin kam der unter johnston dieser kommt mit einem gewicht von 2,6 tonnen und kostet 11.500 euro der anbau kupplungstück kann geändert werden von niedriger aufhänge punkt wie auch zum hohen anhänger punkt sparen größe können hinzugefügt werden entweder die eu us version oder keine und die hauptfarbe kann gewählt werden aus der standard palette zu diesem kommt das modul für den forst transport das sind diese teile hier wiegen 175 kilo und kosten 2375 euro die farboption ist dieselbe wie voran hin dazu kommt das ballen modul mit dem gewicht von 50 kilo und kostet 17 150 euro zusätzlich gibt es noch das tier transport modul für zwölf schafe 16 schweine und neun kühe wiegt 1,7 tonnen und kostet 7.500 euro dies wird einfach so zusammengebaut damit man verschiedene optionen hat wir kommen zum fliegel tieflader pack von hr forst und fahrzeugbau download größe 16,76 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieses pack mit fünf verschiedenen anhängern wir starten natürlich mit dem zts dieser wiegt 5,4 tonnen und kostet 20.000 euro der unterfahrschutz kann hier hinzu gebaut werden ja oder nein dann gibt es die seiten markierungs leuchten entweder im design 1 2 und zurück dann gibt es zusätzliche rundum leuchten hinten und zwar ja oder nein ladungssicherungssystem gibt es automatisch oder mit spanngurten reifen varianten gehe ich wie immer nicht durch dann gibt es die hauptfarbe unterschutz farbe und die felgen farbe und da kommt die von hr forst und fahrzeugbau gewohnte große fahrpalette zur auswahl in allen drei optionen als zweites kriegen wir den dts das ist der vorne ein dreh gemel und hinten zwei achsen wiegt 6,2 tonnen und kostet 25.000 euro die optionen sind alle identisch wie vorher dann kommen wir zum vts der hat dann vorne eine doppel achse und hinten auch eine doppel achse wiegt 6,8 tonnen und kostet 30.000 euro zusätzlich bekommen wir den ft der hat dann vorne eine doppel achse und hinten eine dreifach achse kostenpunkt 35.000 euro und zu guter letzt kommt noch der sts das ist den für den lkw wiegt 6,7 tonnen und kostet 40.000 euro der clark g tank der kommt von woodcraft modding download größe 2,67 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieses dieselfass mit einem füllvolumen von 990 litern wiegt 525 kilo und kostet 6130 euro beim design kann gewählt werden von standard zu zusatz staufach und elektrische pumpe und die hauptfarbe kann gewählt werden aus der standard palette wir kommen zum lizardlader 863 mit schaufel dieser kommt vom arm team download größe 20,68 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieser kompaktlader mit einer leistung von 74 ps wird stufenlos geschaltet hat eine tankfüllmenge für diesel von 94 litern 20 km h ist die maximale geschwindigkeit wiegt 5,4 tonnen und kostet 25.000 euro die reifen hersteller kann gewählt werden zwischen olafors ponze und redderbock dann gibt es scheiben normal oder getönte scheiben dann gibt es noch eine rundum leuchte die hinzu gebaut werden kann und die fähigen farbe kann gewählt werden zwischen weiß schwarz und rot dazu gibt es natürlich noch die schaufel die kommt mit einem volumen von 2000 liter und dem gewicht von 355 kilo der kostenpunkt 700 euro wir kommen zu der liste s-series 25 d von pascal kautz download größe 7,25 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt diese stapler mit einer leistung von 72 ps wird stufenlos geschaltet hat eine tank füllmenge für diesel von 71 litern 43 km h ist die maximal geschwindigkeit das gewicht 5,4 tonnen das maximale zuladegewicht 3,6 tonnen und kostet 37.000 euro die reifenhersteller können gewählt werden zwischen nukien und mittas beim design kann hinzu gebaut werden ein lasten schutzgitter ja oder nein sicherheitswand leuchten gibt es natürlich hier auch das ist diese waren leuchte hier hinten die hauptfarbe kann gewählt werden aus der standard palette und die felgenfarbe natürlich auch wenn man beide maustassen gedrückt hält und nach rechts oder links zieht wird also die gabel verlängert damit kann bis zu zwei oder sogar drei paletten aufgenommen werden wir kommen zu der fliegelmesserwalze swz flm dieser kommt von rick black labelle tvd modding download größe 1,24 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieser front mulcher mit dem gewicht von drei tonnen braucht 25 ps hat eine arbeitsbreite von drei metern und arbeitsgeschwindigkeit von 15 km h und kostet 7.507 euro wir kommen zum hölzernen anhänger von hydraulik download größe 5,89 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieser anhänger mit einem gewicht von 644 kilo und kostet 990 euro die rahmenfarbe kann gewählt werden aus dieser etwas düsteren farb palette die brettfarbe kann aus der ähnlichen palette ausgewählt werden und die felgenfarbe kann gewählt werden zwischen schwarz weiß und silber wir kommen zu der deutsch fahr m series von agro seber download größe 10,54 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieser treasure mit einer leistung von 121 ps mit stufenlos geschaltet hat eine tank füllmenge für diesel von 300 liter 23 km h ist die maximale geschwindigkeit 4400 liter beträgt der kontank und 9,4 tonnen wiegt dieser drescher der preis 126 1500 euro die modell konfiguration gibt es hier die m 35 75 e dann gibt es die m 35 75 mit einer leistung von 140 ps dann gibt es den m 35 78 mit einer leistung von 160 ps und dem korntank von 5000 litern dann haben wir den 35 80 mit 150 ps mit einem kontakt von 5200 litern dann haben wir den m 36 10 mit 170 ps und dem kontakt von 5200 litern dann haben wir den m 36 30 mit einer leistung von 195 ps und dem kontakt von 6300 liter dann haben wir noch den m 36 40 mit einer leistung von 225 ps und dem kontakt von 6300 liter und dann geht's zurück zum ersten version die reifen hersteller kann gewählt werden zwischen friedestein continental michelin mit hass und trellebock das design kann geändert werden von standard zu waren drei eck war drei eck 2 und standard die designfarbe kann gewählt werden zwischen weiß und grün und betrifft das kabinendach und die felgenfarbe spricht für sich und kann aus der standardfarben palette ausgewählt werden wir kommen zum john deere 959 m dieser kommt von north modern company download größe 18,61 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieser backer baum maschine mit einer leistung von 330 ps wird stufenlos geschaltet hat eine tank füllmenge für diesel von 1080 liter 42 liter def 10 km h ist die maximal geschwindigkeit und wiegt 37,8 tonnen der preis 360.000 euro bei der konfiguration kann gewählt werden den 953er oder der 953er hier gibt es keinen unterschied außer dass die kabine erhöht worden ist wir kommen zum emma enteke x transporter von hr forst und fahrzeugbau downloadgröße 28,1 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieser lkw wie üblich bei hr forst und fahrzeugbau mit einer leistung von 500 ps wird automatisch geschaltet hat eine tank füllmenge für diesel von 490 litern 83 km h ist die maximale geschwindigkeit des gewicht bei 15,9 tonnen und kostet 172.000 euro die reifen hersteller können gewählt werden zwischen continental und nokia dann gibt es wie immer bei hr forst und fahrzeugbau hier vorne ein steinschlag schutzgitter reflektoren streifen natürlich hier rund um leuchten gibt es auch verschiedene optionen ja oder den wahlbanken frontblitzer die werden hier eingebaut das ist nein ja nein ja das sind also hier vorne eingebaut sonnenblende gibt es klein groß oder spezial wir nehmen mal groß hier und gehen ganz nach oben hin sonnenblenden aufkleber gibt es ja oder nein und das ist natürlich nur sichtbar wenn die sonnenblende montiert ist aufkleber gibt es hier seitlich nein oder ja holbar gibt es auch hier ja und dann gibt es verschiedene design arten das ist auch hier entsprechend mit der beleuchtung zusammenhängend windabweiser ist klar hier vorne dann dachbar gibt es auch hier ja und dann gibt es verschiedene design optionen scheinwerferschutz natürlich ein kleines gitter schon hier dann die sonnenblenden material kann gewählt werden zwischen plexigas und plastik beim fahrer gibt es hier natürlich auch die motoren ausführung gibt es wie üblich die 500 ps die 640 px und die ist 880 ps version stoßstange mittel unten das ist diese hier die kann gewählt werden zwischen silber schwarz und mit der farbe stoßstange grill gibt es natürlich auch schwarz dann chrom der seppan jetzt hier drin nicht dann gibt es den dynamic mount attacher bei der transportsicherung oder spanngurt version dann gibt es noch einen zusätzlichen spiegel der wird hier außen angebaut und natürlich kann ich die spiegelklappe auch gewählt werden farblich zwischen hier diesen farb palette hier und der rest der farb palette entspricht so wie immer der großen farb palette von hr fast und fahrzeugbau wir kommen zum elizabeth streamline von eric isaac und agro mods downloadgröße 26,45 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieser lkw mit einer leistung von 530 ps wird manuell geschaltet hat eine tank füllmenge für diesel von 400 liter 60 litern def 83 km h ist die maximale geschwindigkeit und wiegt 20,4 tonnen der preis 130.000 euro hier gibt es verschiedene konfigurationen einmal 4 x 2 6 x 2 6 x 4 8 x 2 8 x 4 und zurück geht's zur der ersten version reifenhersteller und reifenvarianten spiele ich nicht so durch frontstoß stange gibt es stoßfänger aus kunststoff lakise stoß stange und dann runter gehängt und so weiter und sofort raddesign gibt es verschiedenste nein und da gibt es radkappen radkappen und luft und so weiter und so fort tragflächen profil gibt es hier einmal deflektor und einmal tragflächen profil gummi kotflügel gibt es mal kurz oder lang dann kommt ein etwas lustiger punkt hier und zwar die radio antenne nein da gibt es vorne links und die schaut dann so gegen vorne vorne rechts und dann machen wir noch die ameise draus und indem wir zwei antennen vorne haben das sieht so aus wie ein fühler da gibt es noch die option von beiden hinten dann glasfarbe gibt es einmal sauberes glas und einmal dunkles glas schutz gibt es seitenschutz ja oder nein das ist dieser schutz hier streamline aufkleber der ist drauf da kann man weg machen wenn man will rund um leuchten gibt es ja ja zwei ja drei und so weiter und so fort die kreative beleuchtung gibt es zum einmal ja und dann gibt es auch noch mehrere varianten dazu vorderrad aufhängung gibt es natürlich auch dann gibt es die version die 5 30er v8 version mit 530 ps die 590 version mit 590 ps die 660er mit 660 ps die 700er mit 700 ps und die 37 mit 730 ps der auspuff hier kann gewählt werden standard dann doppelt gerade und einmal langer lauf dann die hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser großen farbpalette hier die kotflügelfarbe natürlich auch und die seitlichen schutzbleche können auch noch gewählt werden aus derselben farbpalette und alles andere natürlich auch mit derselben farbpalette wir kommen zum jens holzbrecher dieser kommt von kenny 456 und kiosho modfactory downloadgröße 24,3 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommt dieser holz häcksler mit einem volumen von 55 kubikmeter liegt 27,5 tonnen braucht 250 ps und kostet 320.000 euro ja das ist dieser häcksler einfach da die bombstimme rein und dann überladen auf einen anderen anhänger dann kommen wir zu der john deere 600 f-series dieser kommt von 46 mods seed modding nord dakota modding und mapping ist die downloadgröße 48,1 6 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kommen hier fünf verschiedene mühwerker für treasure einmal den 620er dieser kommt mit einem gewicht von 2,4 tonnen arbeitsbreite 6 meter arbeitsgeschwindigkeit 10 kmh und kostet 20.000 euro beim design kann hier gewählt werden er real oder standard und bei der konfiguration kann gewählt werden standard oder soja bohne das gewicht und die arbeitsgeschwindigkeit ist bei allen dasselbe deswegen gehe ich nur alles durch hier und zwar haben wir den 6 22 er der hat eine arbeitsbreite von 6,6 metern und kostet 22.000 euro denn 6 25 er da hat eine arbeitsbreite von 7,6 meter und kostet 25.000 euro denn 6 30 er hat eine arbeitsbreite von 9,1 meter und kostet 30.000 euro dann gibt es noch den 6 35 er mit einer arbeitsbreite von 10,6 meter und kostet 35.000 euro komisch ist dass diese zwar verschieden groß sind aber immer 2,4 tonnen wiegen wir kommen zum tragbaren palette mit steinen dieses kommt von 810 mods und lewis mods download größe 0,3 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen und zwar kann hier eine palette gekauft werden mit einem volumen von 1050 liter zum preis von 950 euro das schöne dabei ist dass diese palette nur 100 kilo wiegt und man sie ganz einfach rum tragen kann meine frage lohnt es sich steine zu diesem preis zu kaufen die nächste neue mod heißt variable weinreben breiten kommt von der bauz download größe 23 kb in der version 1.0 und ist für alle plattformen ich könnte schwören dass ich diese mod schon einmal vorgestellt habe und jetzt kommt sie als neue mod ohne changelog ist zu finden im baumenü unter produktion und plantagen dann haben wir hier verschiedene weintrauben reben einmal mit abstand 1 meter 80 2 meter 2 meter 15 2 meter 30 und 2 meter 50 empfohlen wird die breite zwischen 2 meter 15 und 2 meter 30 die nächste neue mod heißt lagerhaus kommt von pascal kautz download größe 16,98 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen zu finden im baumenü unter gebäude und hallen ist diese riesige lagerhalle hier kostenpunkt zum platzieren 95.000 euro unterhalb pro tag 245 euro wir können hier mal reingehen dann machen wir hier einmal licht an und befinden uns in einer riesengroßen lagerhalle riesengroß da gibt es verschiedene ladebases das kann hier geöffnet werden und wenn dann der anhänger dran steht und zum geraden einlagen kann man nicht hier diese rampe auch noch entsprechend einrichten so damit ein lückenfreies einladen natürlich absolut möglich ist die nächste neue mod heißt gasstation mit tageseinkommen dieser kommt vom schermack 23 433 downloadgröße 0,65 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen zu finden natürlich im baumenü unter produktion und generatoren dann haben wir hier einmal die kleine verkaufsstelle hier also dieses kleine tank hier kostet 2000 euro zum platzieren einnahmen pro tag sind 20 euro pro stunde und unterhalb pro tag sind 5 euro pro tag das andere etwas größere kostet 3000 zum platzieren macht 25 euro einnahmen pro stunde und kostet 5 euro unterhalt pro tag und wir haben noch einen hinzubekommen einen treibstoff tank von logan 97 60 downloadgröße 1,26 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen zum finden im baumenü unter container ist dieser tank hier kostenpunkt zum platzieren 5000 euro 10 euro unterhalt pro tag und hier kannst du deine geräte auftanken wir kommen zu der nächsten neuen mod und zwar heißt diese mittleres haus dieses kommt von michael ls downloadgröße 7 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen ist dieses wohnhaus hier nicht spezielles ganz gut man kann es also nicht betreten zu finden im baumenü unter gebäude und farmhäuser ist dieses farmhaus hier 55.000 euro zum platzieren 25 euro unterhalt pro tag das nächste bauhaus was wir bekommen ist das polnische farmhaus ist dieses farmhaus hier 30.000 euro zum platzieren 10 euro unterhalt pro tag da gab es glaube ich auch schon verschiedene versionen von einem polnischen farmhaus ist dieses hier und zu guter letzt gibt es noch ein drittes bauernhaus was man platzieren kann ist dieses haus hier ist das kandinafische haus kommt von pixel farm und oscar 8599 downloadgröße 11,68 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen ist dieses haus hier definitiv das größte der häuser das wir bisher gesehen haben ist aber auch nicht betretbar damit kommen wir zu der extra großen werkstatt diese kommt von mech trucker 921 downloadgröße 15,45 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen zu finden im baumenü unter hallen anstatt tools das ist ein bisschen komisch ist diese halle hier 45.000 euro zum platzieren 35 euro unterhalt pro tag und das ist also diese werkstatt hier hier kann man licht an machen die tür geht natürlich auch auf und das ist dann der werkstatt trigger wir kommen zum meridian 16 xxl von perma modding downloadgröße 3,67 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen zu finden im baumenü unter gebäude und container da gibt es vier verschiedene silos und zwar flüssigkeiten tanks einmal das kleinste zum preis von 29.700 euro und 92.000 liter fassungsvolumen das nächst größere kostet 33.220 euro und hat ein füllvolumen von 110.000 litern dann das nächst größere das kostet 36.350 liter und hat 120.000 liter und das größte was wir noch haben ist dann dieses hier das kostet 40.255 euro zum platzieren und hat ein fassungsvolumen von 138.000 liter in diese tanks kannst du einfüllen pflanzenschutzmittel oder flüssig dünger wir kommen zum wasserbehälter br dieser kommt von darossa mod hub brasil downloadgröße 3,24 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen ist natürlich zu finden im baumenü unter gebäude und container das ist dieser wasserbehälter hier kostenpunkt zum platzieren 20.000 euro und ist dieser brasilianische wassertank die nächste neue mod heißt britischer ballenschuppen kommt von britisch mods downloadgröße 1,66 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen natürlich zu finden im baumenü unter gebäude und hallen und hallen ist dieser hier kostenpunkt zum platzieren 65.000 euro unterhalt pro tag 20 euro was mir hier auffällt dass die textur nicht sehr hoch auflösend ist also hier ist wahrscheinlich die occludermesh nicht verwendet worden dies bringt uns zu den maschinenhallen von dit marscher modding downloadgröße 1,13 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen natürlich auch zu finden im baumenü unter gebäude und hallen ist diese halle hier mit den solarkollektoren generiert diese halle bis zu 4800 euro pro monat kostenpunkt zum platzieren 95.000 euro unterhalt pro tag 35 euro hier gibt es einen lichtschalter das ist diese halle hier die ist also von der textur schon einiges höher aufgelöst als das was wir eben gesehen haben wir haben die die hier nebeneinander stehen also das ist diese beton textur und das ist diese beton textur das ist schon ein großer unterschied wir kommen zu der kleinen hörmann garage diese kommt von top 888 downloadgröße 5,79 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen ist natürlich auch zu finden unter gebäude und hallen ist diese kleine halle hier preis zum platzieren 37.500 euro und kostet unterhalt pro tag 20 euro das ist diese halle hier kann natürlich auch hier einen lichtschalter das ist das hier eine klassisch schöne hörmann halle wir kommen zu datieren nahrungsfabrik dieser kommt von bar de kau downloadgröße 12,25 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen zu finden im baumenü unter produktion und fabriken ist diese fabrik hier 110.000 euro zum platzieren und hier kann man herstellen mineralfutter aus zuckerrüben sojabohnen sonnenblumen und raps und schweinefutter auszuckerrüben sojabohnen sonnenblumen mais kartoffeln und hirn wir kommen zu der industrie bga von disturbed simulations downloadgröße 9,49 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen zu finden im baumenü unter produktion und fabriken ist diese bga hier kostenpunkt zum platzieren 250.000 euro und dies ist natürlich eine bga mit den ganz normalen rezepten außer dass hier auch noch aus stroh und gülle oder respektive nur aus stroh auch elektrische energie methan und gereste hergestellt werden kann eigenheit hier so wie bei der mini bga die heute ein update bekommen hat vom selben motor hier gibt es die methan tankstelle und hier gibt es die tankstelle für den elektro traktor wir kommen zu der platzierbaren hölzernen hunderhütte dieses kommt von mlu di s z y downloadgröße 2,92 megabyte in der version 1.0 und ist für alle plattformen ist natürlich zu finden im baumenü unter fabriken ist diese halle hier kostenpunkt zum platzieren 75.000 euro und produziert natürlich aus gras heu und zwar im maßstab 1 zu 1 so das war es dann auch schon von den mods die heute im science mod habe freigegeben worden sind ach das hat also eine weile gedauert bis ich alles hier zusammen hatte aber ich hoffe dir hat das video gefallen falls ja dann lass doch gerne deinen daumen da hast du keine weiteren mod videos verpassen möchtest und auch keine anderen inhalte die auf diesem kanal freigegeben werden dann hol dir doch gerne dein abo ab bitte sag mir welche mod wird die mod sein die du dir holst ich hoffe doch dass auch für dich etwas darunter war von dieser flut von neuen mods teile doch mir auch mit welcher der karten du eine chance gibst ich würde auch sagen teilt mir mit welche der vier neuen karten die herausgekommen sind ich näher anschauen soll mit euch durchgehen soll ein video machen soll oder sogar ein stream bitte teilt mir das mit dann möchte ich mich ganz ganz herzlich bedanken für die aufmerksamkeit vor allem auch an die die bis zum ende durchgehalten haben ich würde sagen das war's ich bedanke mich ganz herzlich danke tschüss und hasta luego